Was geht Leute? Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge. Let's play Fallout 76, Nuclear Winter, Battle Royale und so, ja. Und wie ihr sicherlich schon gehört oder mitbekommen habt, keine Ahnung, neue Set-Set am Start. Voll nice. Also noch nicht das rote NTS-USB, das kommt noch. Aber erstmal so übergangsweise ist es einfach, das hier ist einfach besser als das andere. Haben wir neue Skills eventuell? Naja, ok. Gut, warten wir mal bis es losgeht. Auch noch eine Minute, Junge. Geil. Ich bin wieder kaputt, die scheiß Kaffeemaschine. Warum ist da ein Kackvieh auf meinem Bildschirm, Digga? Stirb, verpiss dich. Mach einen Abgang. Verpiss dich von meinem Bildschirm. Mann. Oh, du bist gestorben. Pech gehabt. Mädels, das ist kackviel. Ich hasse das, wenn die abends auf dem Bildschirm rumhängen, ey. Das nervt übelst. Irritiert voll. Und wie ich es reinkomme. Keine Fenster sind offen. Aber hey. Ja, wo gehen wir hin? Camp McClintock. Aber da ist guter Looter. Okay, okay. Okay. Ah, sehr gut. Oh Gott. Das sind direkt schon viele Leute hier. Moin. Oh Gott. Oh, ich bin ein Krakter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann mir gar nichts sagen. Vor der 76 Aufnahme von Adventure Modus und so. Wenn die Mitspieler mich hören, könnt ihr mich ruhig abonnieren. Herr Fleisch.lp auf YouTube und auf Instagram. Support ist kein Mord und so. Oh Gott, vor allem die Ladebildschirme. Come on. Die Daten zeigen, dass ihre Überlebenschancen in dieser Testrunde hoch sind. Ja, wahrscheinlich. Schön. Durch den Stealthsport. Schön, zu wissen, wie lange er hält oder so. Na, da war es der Spur schon weg. Ja, Moin. Kommt mir so. noch ein ziel von ronja was ist denn unsere mate schon tot oder was ja auf dem dach ist ja oder erst runter gesprungen weiß ich nicht hinter dir auf dem dach er ist hinter dir komm hoch hier komm hoch hier komm noch weiter zu mir in die reichweite oder ficken ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ach scheiße ach komm schon digger oh gott man scheiß ventilator meine fresse dricks teil ja bin ich mir sicher verlass die scheiße dieser kackstuhl alter man muss weiter nächste runde meine fresse scheiß gar nicht oh junge ist mir scheiß egal alter drehstuhl ohne witz zurzeit dass ich einen neuen drehstuhl kriege geht gar nicht ja los such das nächste match so damit ihr auch mal ein gefühl bekommt wie lange man hier in so einer so einer lobby wartet ja ich sag mal so würden die das mal patchen mit den äh wartezeiten dann ist der wetter modus nochmal um vieles geiler das ist nicht normal dass du so lange warten musst bis du ein match findest das war ja nur für die lobby jetzt müssen wir noch gefühlt eine minute in der lobby rumpimmeln das ist das das war alles schneller geht ja ich will im battle royale rein und dann wenn wieder überlebe ich oder sterbe und dann direkt weiter aber nein die ladebildschirme bei fordert sind ja allgemein für den arsch ah gute eisd whisky haha du stinker ja komm ja warum ist der mit lauter jetzt ausloh kann ruhig weiterlaufen das ist nämlich immer noch warm so jetzt pümmeln wir hier noch wieder rum äh ohne 25er und 34er ja moin läuft bei uns ich frag einfach nicht vielleicht sind sie der nächste aufseher da ist schon seltsameres passiert aber jetzt ist die frage haben unsere team jetzt eigentlich auch ein headset oder eher nicht so beziehungsweise wenn ihr mich hört abonniert meinen kanal vielleicht auf youtube und so ja ok auch wenn ihr keine zeit haben verständigung easter haben wir nicht ein neues skillpaket äh ne ok gut oh gott jetzt erstmal rumpümmeln was ist denn hier ähm ja gut so so ich weiß nicht was jetzt hier der sinn ist aber hey äh schön ah schön zu dritt auf ein Klo hier. Wo wollen wir denn hin? Sag mal an hier. Also bei Camp McClintock ist relativ viel ein guter Loot meistens, aber... Gewebefarmen... Ja, gehen wir da hin. Komm mal rüber, zu uns. Ich weiß noch nicht wer du bist, aber du bist... Achso, der 34er. Ja gut, okay. Muss er wissen. Ach, na gut, okay. McClintock ist auch wieder voll. Eine App aktualisiert. Ja, schön. Interessiert mich nicht. Gucken wir mal, ob die Runde jetzt besser verläuft als die gerade, Alter. Ach, Junge, Sniper ist ja... Zumindest mit dem Controller. Also Call of Duty snipen mit dem Controller geht ja noch einigermaßen, ja. Aber hier ist es ja kein Call of Duty ist der Fallout. Das ist ja die Balance und die Waffenbewegung anders als alles andere. Ah, direkt eine Fahrt von der Rüstung, sehr schön. Irgendwas geiles ist ja auch... Ne, hat auch da eine Kiste, ja. Uh, das gefällt mir. Also... Wenn die 45er Patronen findet, nehme ich gerne. Arnbrust. Ne, lass mal. Oh, weg damit. Oh, eben hier mal ein bisschen. Oh, weg damit. Oh. Oh. Oh, was? Oh, oh. Oh, hier ist ein dickes Ding. Aber wo? Kapsel. Eine Marine-Rüstung und ein automatisches Lasergewehr. Sehr schön. Damit kann man doch schon arbeiten. Ein paar Medikamente. Oh Gott, wir müssen weit laufen. Wir müssen sogar noch hinter Satten, Alter. Genau. Was haben wir denn hier schönes? Ach, come on. Mach auf jetzt. Ah, geil. Nuklear-Start. Wundervoll. Ach Gott. Und wir sollten weiter, weil wir sind nicht wirklich weit weg vom Sturm. gh. Nöelen. Töller cupen. Töller cupen. Unser- Braucht jemand vier vierziger oder zehn Millimeter Munition? Gut dann nicht. Gut dann nicht. Oh Gott, ich hab' ich Rederways. Nope Oh Gott, da war ein Baum Oh Gott Bloß in die Zone Und wie gesagt, wenn ihr 10mm oder irgendwas braucht, sagt Bescheid Oder 44er Sch slicze Wenn ihr 30, dann geht ihr Getsch ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe dir was hingelegt Ich habe dir was hingelegt Hier in der Party Oh, der Headset, nice Oh, scheiße Ach, komm Ich habe dir was hingelegt Oh, jetzt haben sie alle Headset oder was Schön Ja, wir müssen weiter, Jungs Verdammt Ich habe dir was hingelegt 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 Oh, nein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020